Hey alle zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehe ich für euch die Lingala Challenge. Ich werde mich schminken und zwar auf Lingala. Die, die es noch nicht wussten, ja, half Kongo, half Angola. Wie gesagt, ich werde mich auf meiner Muttersprache schminken und euch das alles erklären. Ich bin selber echt gespannt, wie ich das so meistern werde. So, werde auch gleich erklären, dass ich schon vorab meine Augenbrauen gemacht habe und ja. Ansonsten, wie gesagt, viel Spaß, ne? So, bonjour a tous. Aujourd'hui, nako chia maquillage, nako espikenguño su nalingala. Ndingi, a gustada maquillage nanga. Und bei der Bussona, ich weiß, dass ich die Mäcke habe, die ich hier habe. Ich habe hier eine Krayon, die ich habe, die Essence, die Marron, die ich hier habe. Ich habe hier die Brosse, die ich an den Künstler und die Künstler. Hier habe ich eine Katila mit LAPROGIRL. Ich habe hier die Künstler und die Künstler und die Künstler. Ich habe das Fondation gemacht. Ich habe das Fondation gemacht. Das Fondation ist Revlon. Ja, Revlon. Ich habe das Fondation gemacht. Ich habe das Fondation gemacht. Was ist das? Wieso ist das? Wie ist das? Das Fondation. Ich habe das Fondation gemacht. Du hast es schon viel geblieben. Ich habe es schon viel geblieben, dann war ich die Fondation. Und dann habe ich die Fondation. Das ist alles einfach. Oh Gott. Ich habe diese Fondation für mich ganz schön geblieben. Ich habe die Fondation für mich. Ich habe das noch nicht geblieben. Ich habe das schon geblieben. und habe die Farbe der Fondation. Dann benutze ich die Farbe aus dem Konzela. Ich habe die Farbe aus dem Nissen benutzt. Ich habe auch schon einen Hidensherrissen. Ich ansche mich, dass ich die Highlighter... Ich sehe die Highlighter. Ich habe die Farbe aus dem Nissen. Ich habe die Farbe aus dem Nissen. Hier ist der Schmutz. Hier ist der Schmutz. Hier ist der Schmutz. Wenn ihr euch das hier anschaut, dann geht es um den Schmutz. Das ist ein Schmutz. Ich habe hier einen Schmutz. Ich habe die Schmutz nur noch etwas. Ich habe ihn noch mehr mit dem Schmutz. auch die Schmutz zu verändern. Wenn es dieses Schmutz zu verändern ist, der meine Verteilung ist es noch eine Zweifel jetzt ist das ein es geht das geht es geht ihr habt ihr noch ein das ist stomach ihr habt noch einen die der Das ist die Fondation sehr gut. Ja, das ist die Fondation. Das ist die Fondation. Das ist die Fondation. Ich habe die Fondation mit einem Fondation. Ich benutze W7 Lose Powder Ich benutze die W7 Bananen Powder Ich benutze Ich benutze die BAKER Wenn ich die BAKER Ich benutze die BAKER Wenn ich die BAKER dann schlafe ich die BAKER Ich habe die Poudre gemacht. Ich habe das Make-up gemacht. Ich habe das auch gemacht. Ich werde das Ganze noch mal. Ich werde das Ganze machen. Ich habe das alles gemacht. Ich habe das Ganze gemacht. Die Leute kommen zu einfachen wieder aufzuhören. Da gibt es noch die Schleifte, die die Schleifte sind gläts pancakes. Die Schleifte werden. Ich habe es schon mal gemacht. Ich habe es noch nicht auf die Schenke Losing Powder. Ich habe es noch nicht auf die Palette. Sie haben Murphy. Ich habe es noch Freestyle. Ich habe es noch nicht so gemacht. Ich habe es noch nicht so gemacht. Ich habe es noch nicht so gemacht. dann die ich dann die wie immer das ist wirklich komisch das ist ich bin sorry das ist das ist das ist ich bin das ist ich habe die Farbe aus den Farbeen ich habe die Farbeen ich habe die Farbeen ich habe ich habe Ich habe die Farbe aus dem Blumen geflogen. Ich habe die Farbe aus dem Blumen geflogen. Ich habe mich jetzt mit der Kanzel und mit der Kanzel und mit der Kanzel und mit der Kanzel. Wenn ich die Kanzel habe, dann muss ich die Wasser zack. Und dann, ich habe die Kettegevrauset. Das ist das? Das ist das Pusse. Jetzt habe ich die Kettegevrauset. Das ist das Pusse. Das Pusse, ich weiß nicht. Ich habe die Kettegevrauset. Ich habe die Kettegevrauset. Die Kettegevrauset. Das hat sich sehrussy ausgedeckt. Die Kettegevrausse, die Kettegevrausse kommt so baptized. Die Kettegevrausse. Die Kettegevrausse ich etwasAL. Wir zöhnen den Bläden und ströten die Bände. Wenn man die Bände schäuert, dann ist ein kleines Wohlong Flöten vollkommen. Wenn man die Bände mal schärfen, dann kommt der Bläden dann und erhält sich und wenn man das Flöten dann funktioniert. Wenn man es ab看, dann ist eine Bläden und werfen, dass man es um Montagfä falechen kann, dann aus der Bläden, auf der Bläden. Am besten an anderen ausehen,, dass du sehr gut in den Bläden gelungen sind und erhältst du sehr gut in den Bläden. Es ist ein Problem. Hier ist meine Palette. Ich habe die Farbe und 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 die Farbe. Jetzt fass ich die Farbe und die Farbe und die Farbe und die Farbe, aus meine Farbe und die Farbe und die Farbe dabei ist. Ich habe die Farbe und meine Farbe gekäld, eineike Farbe und ich, meine Zufe. , die Farbe drauf wird. Das ist gut, 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 gut. Wenn wir die Penza machen, dann können wir die Banda sagen, Fungo! Ich habe die Hälfte gesehen. Das ist gut. Das ist ein Penza. Das ist gut. Wenn ich die Brosse habe, dann habe ich die Kolo, dann habe ich die Matte. Ich habe es schon mit einem T-C-Renis. Ich habe es bereits mit einem Highlighter gemacht. Highlighter? Ich habe es jetzt auch mit einem Highlighter gemacht. Ich habe es jetzt mit einem T-C-Renis. Ich habe es mit einem Kontour gemacht. Das ist das eine Bedeutung. Das ist eine Bedeutung. Ich bin jetzt hier. Ich habe die Hose ausgeliefert. Entfernt mich. Ich habe dich zu viel Angst. Ich habe mich zu fragen, ich habe mich zu fragen, dass ich alles ausgeliefert. Ich habe mich zu sagen, ich habe mich zu fragen. Das ist die Farbe der Fertigen. Ich habe den Fertigen gemacht. Ich habe den Fertigen, der ich in dir was habe. Ich habe den Fertigen gemacht. Ich habe den Fertigen gemacht. Ich habe die Bande für die Bande geöffnet. Ich habe den Rougeläf von NYX, wie in Abu Dhabi. Ich habe die Bande geöffnet. So, das ist das, dass wir hier in der Videobeschreibung haben. Vielen Dank für die Videobeschreibung. Wenn ihr hier unten habt, dann abonniert und abonniert. Ich hoffe, dass ihr euch in den Kommentaren habt, wenn ihr euch in den Kommentaren habt, wenn ihr euch in den Kommentaren habt. Ich wünsche euch die Zeit, wenn ihr euch in den Kommentaren habt. Auf Wiedersehen. Bye!